Hallo zusammen, Eizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, effekt die Urtume, anzunehmen beim Eritra, auf den Ebenen von Onara, an dieser Position. Vorquest war ein Tag im Hain und wir müssen, wie es aussieht, zwei Urtume erwecken. Ich lege mal los. Hier ist Quercus. Ich mache hier einmal die Map auf, wo ich anfange. Und die anderen Urtume sind ziemlich in der Nähe. Wir haben auch ein Quest-Item mitbekommen, Geborgter Atem. Könnte man sich jetzt auch in die Leiste ziehen. Moment, ich sitze auf dem Drachen, muss absteigen, sonst ist es beim nächsten Mal nicht in der Leiste. Immer sehr nervig. Und auf diesen Quercus wende ich das Quest-Item an. So, weiter geht's zum nächsten. Ah, Circus. Wende wieder das Quest-Item an. Merkwürdig. Etwas hat diesen Wächter getötet, bevor er erwachen konnte. Der arme Wächter. Und vielleicht daneben ist der letzte Wächter. Quest-Item benutzen. Und die Quest ist bereit zur Abgabe. Juhu. Bisschen beschleunigen. Quest ist abzugeben bei Meritra. Auf den Ebenen von Onara. An dieser Position. Hier wird das Fragezeichen angezeigt, aber es ist hier. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.